So, und damit willkommen zurück zu Orksmastai 3. Wir setzen die Kampagne fort. Hof des Meisters hatten wir als letzte Folge gehabt. Jetzt geht's weiter. So, mal schön durch die Stachel fallen. Dann mal los! Die Feinde bereiten sich darauf vor, eines unserer Tore aufzubrechen. Sie haben ein Tor aufgebrochen! Und bleib am Boden! Dieser Kerl scheint es eher auf mich, als auf den Riss abgesehen zu haben. Hm, ja. Jäger. Sie töten lieber Kriegsmagier, ehe sie Risse durchschreiten. Na komm. Hier, ticken. Das hat wirklich funktioniert! So, äh, nächste Runde auf der anderen Seite. Weiter. Gott. Wie gehen hier die Wege? Hier hinten was zu machen, ist, glaube ich, dumm. Denn hier ist ein Tor. Ich brich, wenn ich hier absichere. Doch, viel besser. Dann mal los. Lasst sie kommen. Da kommen weitere Feinde! Die feindliche Armee greift an einer anderen Front an. Vorsicht! Unsere Verteidigung wurde erneut durchbrochen. Da kommen sie! Und hier die mustache schon mal weg. Und hier sehen sie dann! Na, dann kommt. Hört auf, auf mich zu schießen. Da kommt ja immer noch einer. Moment. Ja, genau. Richtig. Ähm. Ja, und wir. Ja. Die ist etwas besonderes. Dann... Lass sie kommen. Da kommen weitere Feinde. Erstmal hier hinten ein paar weg. Ein weiteres Tor wird angegriffen. Vorsicht! Unsere Feinde sind erneut durchgebrochen. Hey, lasst mich in Frieden hier. Okay. Für den hat es nicht mehr gereicht. Oh, ja. So sieht's aus. Ähm. Jetzt müssen wir dummerweise auf der Seite auch nochmal... ein bisschen Schutz bauen. Das wird klappen. So. Ah, sieht gut aus. Wir bleiben mal hier. Alles klar. Jetzt glaube ich nicht. Da kommen weitere Feinde! Okay. Okay. Erst von hier. Das trifft sich gut. Gut. Wollt ihr mehr? Hab das wirklich ich getan? Oh. Oh. Ya. Oh. Oh. Ah. Da immer schön in die Fallen rein. So. Großer Ogre. Weg mit dir. Ja, wieder da oben. Da oben kam gerade zu viel. Nochmal zwei Stachel, äh Quatsch, Wanddinger. Das nenne ich mal einen Ortbremser. So. Und los geht's. Da kommen weitere Feinde. Wieder oben zuerst. Das ist gut. Na komm, gebt mir Geld. Und bleib am Boden. So. Und jetzt schnell. Ja. Okay. Wir brennen förmlich. So, jetzt von allen Seiten. Könnte ich hier irgendwo ne Falle hin machen. Um. 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 auf der Seite lang. Dann hoch und los geht's. Wieder zuerst hier. Okay, von hier kommt nichts mehr. Gucken wir. Kommt was durch, kommt nichts durch. Okay, ein Orgjäger. Okay. Die Elementarztwürsten müssen wir wegmachen. Hab das wirklich ich getan? Langsam hab ich den Dreh raus. Ähm. Das wird was. So. Das wird die unvorbereitet Treffen. Das muss reichen hier. Und los geht's. Okay, hier komm ich. Da kommen weitere Feinde. Ja. Ich bin mir anzulegen. Dann schauen wir mal. das lustige Sterben. Der Feuerling wollte durch. Na du Troll. Hast du auch geschafft. Du auch. Okay. Den Orga hat's weggemacht. So. Nochmal 5.000. Packen wir doch hier oben mal noch ein bisschen Verteidigung drauf. Ich hoffe das funktioniert. Sollte klappen. Aha. Tödlich. Und. Hm. Ja komm. Da. Los geht's. Letzte Welle. Da kommen weitere Feinde. Da kommen weitere Feinde. Oh Gott. Oh nee. Schaut noch alles gut aus. Die Goldjäger, die sind schon... ...ne ganz gemeine Sache. Kurz den Schädel holen. Und gewonnen. Gülle-Kammern. Flammenarmen-Schienen. Äh, Verbesserung angucken. Hm. Hm. Hier wieder. Hier drüben. Die Garten sind schon wieder weg. Tschötür. Schönen Schmeisen. Schönen Schönen-Schönen. Gebebe so viel nach unten. Merken op den Schönen-Schönen. Schönen Schönen. Allzeit bereit. Erhöht das Leben. Erhöht das Leben. Erhöht das Leben. Mehr können wir nicht machen. Ende für diese Folge. Tschüss. Ciao. Bye bye. Bis zum nächsten Mal.